So, wir haben es geschafft, ihn wieder einzuholen. Auch gerade mal ich. So, jetzt zeigen wir uns, dass wir offensichtlich sind. E030 Leute? Na, da zeugt euch aber einer. Don't see patrol. Ja Leute, wenn euch das Team gefällt, gerne teilen, liken, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und wenn ihr mögt, dürft ihr uns auch gerne unterstützen. Und wir sind auf YouTube, auf D-Live, wir sind auch auf Telegram. Und auf Odyssey, da speichern wir alle Videos, die wir so machen. Und ja, Berlin Online TV, ganz easy. Ansonsten steht es in der Beschreibung. Genau, immer unten auch in der Videobeschreibung. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden, sorry. Laut Medien, ja. Aber jetzt, jetzt, da müssen wir mal die Position verändern. Ah, da kommt noch eine Menge. Ordentlich. Ah, okay, letztes Mal wohl 1500. Mal gucken, was es heute sind. Die liebe Petra ist heute leider nicht da, die zählt sonst immer für uns mit. Mensch, tut mir leid, Leute. Und, aber wenn Bock hat, zu zählen oder zu schätzen, kannst gerne in den Chat reinwerfen. Liebe D-Lifer, wir können den Chat leider nicht mitlesen. Also, gern bei YouTube schreiben. Über das 1500 war letztens. Ich habe es gehört. Wahnsinn. Die meinen so, locken? Also, Beine aus Hause machen. Die wären schon, hier ist doch immer so eine nette Dame, die mit dem Klicker, die können wir dann nochmal fragen. So, und entweder du längere Beine hast als ich, wenn hier durch ist, probierst du zu überholen. Und ich renne hinterher. Ja, loch mal hole ich dich rein. Das war ja abgenommen. Schaffste. Ich glaube an dich. Dann hilf ihm doch mal. Überleg dir mal, wieso, ich sag jetzt mal, Quint Städtchen relativ, ja, wahnwollt. Ja. 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 Hallo. Wahnsinn. Ja. Jetzt sind wir gleich durch. Ich würde da nämlich auch gerne eine rauchen. Ja. Andere Taschen. Hallo. 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 Ja. 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 Ja.